Heute sprechen wir mal nicht über Bitcoin, sondern über Ethereum. Und ich möchte gar nicht lange um den heißen Brei herumreden. Ich bin Bullish, deswegen ist die aktuelle Korrektur für mich eine Chance. Legen wir also los und sprechen über Kursziele. Ich begrüße euch ganz herzlich hier auf dem Tradermacher-Kanal. So, Ethereum ist die Nummer zwei auf dem Kryptomarkt, wenn wir so wollen. Über Bitcoin haben wir häufig gesprochen und selbstverständlich werden sich Bitcoin und Ethereum nicht völlig getrennt voneinander entwickeln. Die Kursdynamik in den letzten Wochen war allerdings bei Ethereum etwas höher. Die ETF-Story im Bitcoin-Markt, die ist letztlich gespielt und wir erleben das, was am Ende des Tages doch ganz viele erwartet haben. Nämlich so ein bisschen dieses Buy the Rumors, Sell the News. Das hat möglicherweise auch mit dem Grayscale Bitcoin Trust zu tun. Also da fließt raus in die Bitcoin ETFs, zum Teil fließt rein. Das alles soll uns heute nicht kümmern, denn wir schauen auf Ethereum. Und wie Larry Fink gerade festgestellt hat, ein Ethereum ETF, den fände ich natürlich auch spannend. Ich möchte heute aber insbesondere auf die Preise schauen, denn das, was es an Möglichkeiten gibt, um ein Kursziel für ein ebenfalls knappes Gut zu eruieren. Sondern die Möglichkeit hier ist mannigfaltig. Habt ihr vielleicht schon mal gehört, das Wort ist mir heute wieder eingefallen. Viel zu selten benutzt. Wir sind hier auf der Seite Challengie Blog und dementsprechend schauen wir jetzt einfach mal auf deren Kursziele drauf. Also Maximum für 2,24 sagen sie 4.171. Wenn ihr wollt, guckt euch das auf der Seite an. Denn sie erklären letztlich, aber es ist so ein Mix aus verschiedenen Indikatoren, wie sie zu diesen Kurszielen kommen. Und wer sagt, ja, ich möchte aber besonders hoch. Ich habe ja mal eins aus der Mitte heute gegriffen. Also für 2.026 Maximum 9.300. 27.000, 13.000. Und rechnen wir uns doch alle reich für das Jahr 2.030. Ist ja so lange auch nicht mehr hin. 42.200 Dollar, Minimum 35.000. Und all das macht insbesondere dann Sinn, wenn man sich den logarithmischen Chart anschaut. Denn wir waren hier im Tief bei unter 100 Dollar noch im März 2020 und wir waren hier in der Spitze bei 4.800 Dollar. Und so eine Bewegung schreit natürlich förmlich danach, dass man noch deutlich höhere Kursziele ermittelt. Für mich ein klein wenig interessanter und das sage ich euch jetzt exklusiv, weil ihr euch diesen Report morgen gerne durchlesen könnt. Von Alexander Mittermeier, die 5 besten Coins 2024. Das ist ein kurzes, kompaktes, sehr werthaltiges PDF. Und das schicke ich euch gerne morgen im Report. Ihr müsst euch nur dafür eintragen. Absolut kostenlos. Und wenn ihr Alexander Mittermeier kennt, dann wisst ihr auch, es lohnt sich, diesen Report zu lesen. Und er geht da unter anderem auch auf Ethereum ein. 5.800 bis 7.500 Dollar Kursziel. Er erklärt dann auch warum. Und nochmal, ich kann es nur empfehlen, am Ende des Tages ist das hier wirklich eine ganze Menge Value, den ihr umsonst bekommt. Also bitte für den Report eintragen. Ich schicke euch das Ganze morgen früh für euch. Das ist nämlich ein wichtiger Zeitstempel bei einem derart volatilen Basiswert, wie es Ethereum ja nun mal ist. Ich nehme dieses Video jetzt auf am, kurzer Check, 22. Das ist der Montag, um 17.33 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Momentan handelt Ethereum bei 2.365 US-Dollar. Und wenn wir uns jetzt diese Korrektur im logarithmischen Chart ansehen, ja, dann sieht das nach nichts aus. Aber wir blicken mal in den Verlauf der letzten Tage. Das ist ein schöner Trend. Übrigens hat hier der Ausbruch ganz wichtig, wenn wir es auf Tagesbasis anschauen. Es gab hier eine mehrmonatige Konsolidierung, ja, nun mal ganz grob eingezeichnet. Und da ist Ethereum ausgebrochen. Und für mich dann natürlich entscheidend, dass solange dieser Aufwärtstrend besteht, und darum geht es ja, dass diese Korrektur kaufenswert ist. Und deswegen schauen wir auch nochmal ganz kurz aufs Fibonacci Retracement. Denn für jeden, der nicht langfristig investiert, upsala, da war wohl einer ein bisschen viel. Hier haben wir es. Für jeden, der nicht buy and hold drin ist. Und meine Strategie, das sage ich euch auch ganz offen, ist in vielen Werten, dass ich durchaus versuche, das Ganze mit Timing im Griff zu haben, weil ich auch nicht in allen gleichzeitig investiert sein kann. Ihr wisst es, die große Unterscheidung zwischen langfristigem Investment und einer kurzfristigen, in der Regel spekulativen Aktion. Was brauche ich dafür? Einen Stop. Weil es aber so schwierig ist, derart viel Volatilität, also die Schwankungsbreite des Kurses zu beherrschen, fahre ich im Kryptosektor zweigleisig. Ich habe eine langfristige Bitcoin-Position. Ich habe eine langfristige Ethereum-Position. Ich habe deutlich kleiner, einfach deshalb, weil der Kursverlauf wirklich sehr interessant war in den letzten Wochen. Mittlerweile eine kleinere Solana-Position, ebenfalls noch aufgebaut. Aber das, worüber ich jetzt hier spreche, ist letztlich ein aktiver Trade. Und was braucht es dafür? Einen Stop. Und deswegen sind solche Korrekturen wie hier mal eben schnelle 400 US-Dollar, also fast 20 Prozent, so interessant. Weil ich natürlich, wenn ich den Ausbruch permanent kaufe, immer das Problem habe, dass mein Stop relativ weit entfernt liegt. Und ich sage es euch ganz offen, diese Korrektur reicht für mich grundsätzlich mal aus. Wie gesagt, das Video für euch ist gestern aufgenommen. Ethereum kann jetzt schon 200 Dollar höher oder tiefer stehen. Und ich gehe hier vor, indem ich eine Tranche kaufe. Wer es ganz genau wissen will, ich warte hier noch auf eine Stabilisierung auf vier Stunden Basis. Ich möchte mir das Ganze dann, ich möchte nicht unbedingt der erste Käufer sein. Ja, in das fallende Messer zu greifen, das hört sich immer so an wie etwas, was man auf keinen Fall machen darf. Es kommt darauf an, ist das ein fallendes Messer, ein Abwärtstrend. Wir haben ja beispielsweise letzte Woche hier auf Nell Asa geguckt. Oder ist das ein fallendes Messer, welches aber tatsächlich einfach nur ein Stockwerk tief fällt. Weil aber die Volatilität so groß ist, arbeite ich hier mit Tranchen. Das heißt also, ich baue eine Hälfte der Position da auf, wo es für mich interessant ist. Und das ist es meines Erachtens jetzt um den 50-Tage-Durchschnitt herum. Vielleicht fällt Ethereum in den nächsten Stunden auch noch ein bisschen. Und sollte es dann nochmal einen weiteren Rücksetzer geben, das ist nämlich durchaus möglich und würde das bullische Chartbild nicht zerstören. Wenn ich in etwa auf dieses Niveau hier, dann würde ich gerne die zweite Position aufbauen. Das schwingt natürlich auch immer mit, das gehört zur Wahrheit. Wenn der Rücksetzer nicht kommt und ich möchte die Position voll machen, dann muss ich in steigende Kurse hineinkaufen. Also es gibt viele Möglichkeiten, solche Strategien umzusetzen. Denn wichtig ist nur, dass erst der Plan besteht, den man dann einfach sauber abhandelt und dann in der Folge nicht dazu gezwungen ist, nur noch zu reagieren auf den Kurs. Natürlich war hier oben das Sentiment etwas bullischer für Ethereum. Das ist ja völlig logisch. Wenn man eine Korrektur stattfindet, dann ist sie ja immer gleich einigermaßen intensiv. Und dann fühlt es sich an wie, das war es jetzt. Ihr könnt im Übrigen gerne in die Kommentare genau das reinschreiben. Wenn ihr also der Überzeugung seid, das war es jetzt, dann lasst uns das wissen. Wenn man jetzt ganz quer denken würde, dann würde man sagen, je mehr unten reinschreiben, das war es jetzt, umso besser für den Kurs, weil sie dann gegebenenfalls ausgestiegen sind. Ob das im Kryptosektor immer so passt, weiß ich nicht, weil es natürlich auch sehr viele gibt, die grundsätzlich sagen, um Kryptos mache ich einen großen Bogen, will ich einfach nichts mit zu tun haben. Und das ist vollkommen in Ordnung. Also mal sehen, ob die zweite Tankstelle noch erreicht wird. Das ist bereits für mich ein ganz interessantes Niveau. Plus, minus 100 US-Dollar geht also davon aus, dass ich möglicherweise auch kurzfristig, wenn ihr dieses Video seht, schon in einer Position drin bin. Was angesichts der Volatilität schlicht und einfach dazugehört, ist, dass der Stopp weiter weg sein muss. Das heißt, dieser Stopp regelt dann die Positionsgröße. Das heißt nicht, naja, dann habe ich eben mehr verloren, wenn es schief geht. Ja, die Positionsgröße wird bei sehr volatilen Werten automatisch kleiner, wenn man mit konstanten Risiken arbeitet. Wenn man also beispielsweise sagt, ich möchte immer ein Prozent meines Depots riskieren, wenn ich so einen Trade umsetze, dann habe ich eine Summe X und dann geht es um den Einstieg und die Strecke zum Stopp. Und daraus ergibt sich dann, wie groß meine Position sein darf. Basics, wenn ihr so wollt, des Risiko- und Positionsmanagements. Also jetzt kennt ihr meinen Plan und erstmal geht es hier nur um den Einstieg und es geht um den Stopp. Der Rest kann kommen, wie er will. Für mich in so einem volatilen Basiswert wird es dann interessant, wenn ich das Risiko verdient habe. Das weiß ich am Ende des Tages erst, wie hoch das ist, wenn ich den, ja, wenn ich den Kauf getätigt habe. Aber das Risiko wird so um die 20 Prozent betragen. Dementsprechend möchte ich also gerne ein neues Hoch, werde dann gegebenenfalls Gewinne realisieren. Und wer sagt, ja, aber wenn in dem Report sagt oder steht 5.800 bis 7.500 ist der Zielkurs, warum denn dann verkaufen? Deswegen zweigleisig. Deswegen habe ich die langfristige Position und bleibe dort investiert und habe, so wie es hier steht, keinen Stopp. Ups, ein bisschen viel markiert auf einmal. Ihr wisst, was ich meine. Ich gehe aber weiterhin davon aus, das ist die Erkenntnis, eine der wenigen, die ich euch mit Gewissheit nach 25 Jahren an der Börse geben kann, langfristig steigen Kurse und zwar immer. Langfristig sind Korrekturen kaufenswert und zwar immer. Aber wir sprechen hier eben auch über eine Branche, über einen Sektor, die noch relativ jung ist. Das heißt, wir haben hier noch keine mehrere Dekaden an historischen Erfahrungswerten, sondern ich orientiere mich hier an der Preisbewegung, zumindest mal, was die kurzfristigen Absichten angeht. Und langfristig, auch das habe ich hier schon erläutert, habe ich ein Drittel bei rund 4.000 Dollar rausgenommen. Ich hoffe sehr, dass es dann einfach weiter steigt und dass man dann auch in einem Video schreiben kann, wie konntest du nur bei 4.000 US-Dollar Ethereum verkaufen? Ja, die sind auch jetzt bei 5.000 oder bei 7.000 oder bei 9.000. Freue ich mich, absolut. Das war eben mein Plan, den Einstand rauszunehmen bei knapp über 4.000 US-Dollar. Soweit also die kurzfristige Einschätzung. Freut euch auf, die meisten von euch sind ja schon im Report, muss ich auch sagen. Vielen Dank dafür. Freut euch also auf die Einschätzung fundamentaler Natur. Und ja, es geht hier nicht nur um Bitcoin, sondern auch um Ethereum und eben noch um drei weitere. Jetzt sagt mir gerne, was ist euer Kursziel für Ethereum von mir aus mal auf Jahressicht? Für mich wären es neue Allzeithochs. Ja, denke schon. Können wir schaffen dieses Jahr, spätestens nächstes Jahr. Also, macht's gut. Schönen Abend. Bis dann. Und ciao. Bis dann. Bye. Bye. Vielen Dank.